Musik Bei uns ist jetzt Prof. Dr. Peter Ligesmeier, Sprecher der neu gegründeten Fraunhofer-Allianz Embedded Systems und wissenschaftlicher Direktor des Fraunhofer-Instituts für experimentelles Software Engineering. Herzlich willkommen! Sie haben eben in Ihrer Keynote-Speech über diese Doppelung im Bereich Green IT geredet oder wie Sie auch sagten, Green Embedded Systems, dass es quasi einerseits die Lösung ist, aber auch wieder neue Schwachstellen aufdeckt. Sie glauben aber trotzdem, dass das der Weg nach vorne ist, dass sozusagen die Vorteile, die Nachteile aufwiegen. Ja, jede Technik ist in gewisser Weise ambivalent, birgt also Chancen und Risiken. Oft tatsächlich fast im gleichen Maße. Es gibt da zahlreiche Beispiele aus der Industriegeschichte, beispielsweise eben Dampfmaschinen, die zur industriellen Revolution eben eine nicht beherrschte Technik waren und anfangs vielfach sehr schwere Unfälle verursacht haben, also explodiert sind. Natürlich hat man die Technologie seinerzeit aber nutzen wollen, hat also letztlich in gewisser Weise das Gefährdungspotenzial in Kauf genommen. Wir stehen heute eigentlich an der nicht industriellen, sondern informationstechnischen Revolution oder eine informationstechnische Revolution steht uns ins Haus und die wird eben zahlreiche bisher eher konventionell verstandene Lebensbereiche beeinflussen. Nehmen Sie das Thema, das uns hier besonders interessiert, GREEN, also letztlich Umweltschutz mithilfe von IT, mithilfe von Embedded Systems. Dort möchte man die Informationstechnik als Mittel zum Zweck nutzen, Systeme intelligenter zu steuern, damit eben beispielsweise geringere Emissionen zu erzeugen, weniger Energie insgesamt zu verbrauchen. Aber diese Systeme werden natürlich kompliziert sein und deswegen kommt es darauf an, die Risiken, die diese Technik schafft, dann auch zu beherrschen. Und das erfordert entsprechende Forschungsanstrengungen in mehr als einer Disziplin, weil diese Systeme eben typischerweise aus Informatikkomponenten, Mikroelektronik und maschinenbauerischen Komponenten zusammengesetzt sein werden, was heute typischerweise eben ein Ingenieur nicht in gleichem Maße studiert hat. Sie sprechen da eine der zentralen Fragen an und zwar, dass man mehr zu einem ganzheitlichen Ansatz gewissermaßen kommen muss, also dass im Prinzip dieses Abtrennen nicht mehr zeitgemäß ist. Sind denn dann auch so Labels wie Green by IT, Green IT, Green by ES, sind die notwendig? Führen die nicht in gewisser Maßen auch vorbei an einer ganzheitlichen Betrachtungsweise? Also ich denke, Labels sind nötig, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und dass das Thema wichtig ist, ist, glaube ich, unbestritten. Die Frage ist, ob man über einem Label tatsächlich in der Tat vergisst, dass unter diesem Label oder drumherum eben auch andere Fragestellungen existieren, die dadurch vielleicht nicht zentral erfasst werden. Ich glaube in der Tat, dass Green by IT oder auch Green IT ein wichtiges Thema ist, dass man aber eigentlich letztlich einen Schritt weiter gehen muss. Das Thema, ich habe es ja provokativ Green by ES genannt, also das Thema Mikroelektronik und Maschinenbau mit berücksichtigt oder sozusagen noch weitergehende Berücksichtigungen trifft, nämlich Infrastruktur insgesamt zu bedenken. Also auch letztlich die Reaktionen von Menschen beispielsweise auf solche Systeme, die dann letztlich in die Systeme auch Rückkopplungen haben. Das Ganze ist in erster Näherung ein technologisches Problem, aber es kommt letztlich auch eine gesellschaftliche Akzeptanz hinzu, die natürlich sichergestellt werden muss. Und da ist das Thema Verlässlichkeit dieser Technologien von ganz zentraler Bedeutung. Also letztlich die Antwort auf die Frage, vertrauen die Menschen, die diese technischen Lösungen verwenden sollen, dieser Lösung so weit, dass sie sie wirklich bedenkenlos nutzen. Denn ansonsten würde das Ganze letztlich ins Leere laufen. Das Problem ist, dass zur Realisierung dieser Lösungen Kompetenzen erforderlich sind, die zum Teil sich unterscheiden von dem, was Industriefirmen im klassischen Bereich aufgebaut haben und dort eben auch explizit Hilfe gesucht wird in der Wissenschaft. Und Fraunhofer verfügt eben als große Forschungseinrichtung über Institute, die Kompetenzen in den einzelnen Teilbereichen besitzen, natürlich ohne Zweifel, und ist in der Lage eben diese Kompetenzen über Allianzen zu bündeln. Deswegen haben wir gerade eben am Ende des zurückliegenden Jahres die Fraunhofer Allianz Embedded Systems begründet. Letztlich um die Fragestellung holistisch anzugehen. Also ich glaube, dass die Motivation klar da ist, dass der Wunsch bei der Industrie existiert, solche Systeme zu bauen und dass wir jetzt ganz eloquent versuchen müssen, Lösungen wirklich ganz konkret eben auch erstellen zu können und dabei muss die Forschung unterstützen. Wie würden Sie die jetzige Situation charakterisieren? Also wie stark ist die Durchsetzung von Green by IT beziehungsweise Green by Embedded Systems im Moment schon in Deutschland und wo wird das in Zukunft so ungefähr hingehen? Also es ist so, dass Green by IT mehr oder weniger unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit in viele Alltagsprodukte eingezogen ist. In vielen modernen Autos finden Sie ja sehr intelligente Motorsteuerungen, die letztlich einen Beitrag haben zu Kraftstoffverbrauch und günstigen Emissionswerten. Das geht in klassischer Technik überhaupt nicht. Dafür braucht man IT, also Mikroprozessoren, die in sehr schneller, kurzer Zeit in der Lage sind, eben Motorzustände, Betriebszustände zu diagnostizieren und eben regelnd einzugreifen, sodass die Verbrennung optimiert wird. Das ist im Grunde genommen Green by IT, die uns im Grunde genommen täglich begleitet. Das gilt für viele andere Branchen auch. Also diese Systeme nehmen dort schon Einfluss. Sie werden nur vielleicht nicht unter diesem Oberbegriff wahrgenommen. Was aber natürlich durchaus sinnvoll wäre, um in diesem Bereich eben auch konzertiert Forschung voranzubringen und damit eben innovative Produkte zu schaffen, die vielleicht dann auch größere Effekte haben werden. Das typische Beispiel da ist das Thema moderne Energieerzeugung, Speicherung und Verteilung unter Einbindung von regenerativen Energien. Das ist natürlich ein Green by IT-System, das man dann zwingend bemerken muss. Gerade wenn man das Stichwort Smart Grid aufgreift, dann wird das sicherlich in den nächsten Jahren verstärkt auf uns zukommen in der Diskussion, weil das ja auch von der Regierung gefördert wird und so weiter. Gleichzeitig gibt es dort natürlich viele Schwachpunkte noch, die auch behoben werden müssen in Zukunft. Also Speicherkapazitäten, Energieaufwand, Datensicherheit natürlich. Wo stehen wir da im Moment und was glauben Sie, wo die Entwicklung und vor allen Dingen, wie schnell die Entwicklung da voranschreiten wird und wo sie hingeht? Ja, Smart Grid ist ein typischer Vertreter einer Kategorie von Systemen, die eher zunehmen werden, die sogenannten Cyber Physical Systems. Das sind Systeme, deren technische Lösung mit der Umgebung sehr stark interagiert. Das kann man anhand des Smart Grid sehr schön erklären, denn in diesen Systemen hängt viel davon ab, ob gerade die Sonne scheint oder der Wind weht, also ob Sonnenkollektoren oder Windgeneratoren eben Energie liefern und auch wie der Betriebszustand des Netzes ist, wer gerade Energie verbraucht. Entsprechend muss das intelligent geregelt und gesteuert werden und auf diese Umgebungseinflüsse hat derjenige, der steuernd eingreift, ja überhaupt keinen Einfluss. Er kann halt Sonnenschein und Wind nicht beeinflussen. Klar ist, dass in solchen Systemen verschiedene Aspekte gemeinsam auftauchen, die bisher in den üblichen Systemen heutzutage eher getrennt für sich stehen, nehmen Sie im Bereich der Sicherheit Security einerseits, Safety andererseits. Security kennt man eher aus Datennetzen, aus dem Internet, wo Sie sich vor Datenklau, unbefugtem Zugriff, Verlust von Daten schützen wollen, während Safety eher im Technologiebereich auftaucht, also bei Fahrzeugen, Autos, Flugzeugen, Schienenfahrzeugen, die natürlich so gebaut sein sollen, dass sie Insassen, Passagiere, andere Personen nicht gefährden. In Cyber-Physical Systems müssen diese Informationen letztlich gemeinsam miteinander betrachtet werden. Security, also Daten, wirken letztlich auf Safety, also die Gefährdungen, die in einem solchen System entstehen können, weil natürlich Steuerungskommandos auch verloren gehen könnten, was dann dazu führen könnte, dass Steuerungsbefehle letztlich gar nicht dort ankommen, wo sie interpretiert werden sollen und dadurch Gefährdungen entstehen. Wir haben Lösungen für die beiden Aspekte jeweils getrennt, weil es da eine gewisse Forschungshistorie gibt und auch Systeme, die eben diese technischen Lösungen benötigen. Es gibt sicher noch einiges an Arbeit zu leisten, was die Integration dieser Eigenschaften angeht. Und da ist Smart Grid und damit eben Green IT oder Green by IT nur ein Vertreter für eine größere Klasse von solchen Systemen, die eben noch gewisse Forschungsanstrengungen an dieser Stelle erfordern werden. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Gerne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020